So, heute hier beim Lautsfahren mit dem Edi, mit dem PT-77. Es geht vorwärts wie rückwärts. So haben wir keine Leerlede. So sieht das aus. Nochmal arbeiten wir mit dem Kaiselschwader. Hier ist ein kleines Gefäse zum Unterstützen. So sieht das auf der anderen Seite aus. Bleibt super heute. Ich denke mal, dass wir heute hier anzusammeln, dass wir fertig werden. Jetzt morgen am nächsten Ende weiter. Gehen wir mal nach vorne.